was habe ich jetzt gemacht ahhh was ja kann ich kann ich kann nicht oh es gibt ja noch voll viele Galaxien na was ist das da unten wenn ich gehöre nix heiliger Schacht ja ich liebe dieses Spiel das ist so riesig und ich möchte kurz zu meinem Chef zurück ich habe gar keine Ahnung wo ich bin ah was passiert jetzt eigentlich ok hier ist einfach ein gar nix es ist einfach nur so ein Punkt ok dann würde ich mal dahin was ist denn hier oh Asteroiten das sieht geil aus ich will runter Asteroiten Gürtel na gut es ist einfach nur ein Asteroiten auf mir ist es nicht nicht aber es ist es ist euer energie das ist schon mal ne zeit nein meine energie dafür verzeckt ein pfeil dorthin das wäre schon mal was oh heilig was ist er hier denn holy shit wo bin ich denn hier das war der weltkrieg junge heiliger scheiße ok kleiner rückzug ich will behaupten ich gehe mal herunter den kann ich mir ja gönnen wir machen eigentlich nicht so viel oh ja eigentlich hier einfach eins nach dem anderen so wer schießt auf mich sei ein dort geht doch weg das ist ein komm stopp geil okay ich will jetzt nächstes tod haben danke echt geil also richtig großen fetten meck hier herum zu fliegen und alles hier zu vernichten was so ein weg kommt kann ich das ja ich kann dass ich irgendwas finden vielleicht weiß ich ja nicht nicht wirklich lust da weiter zu suchen die für mich auf jeden fall frage ich mich eigentlich was dieser fall zu bedeuten hat meistens bedeutet eigentlich hat das ja vorher so bedeutet dass dort der ausgang ist jetzt frage ich halt was jetzt das ist weil benötige ich die teile die hier und ich kann nicht zählen geil wer hat es mir nicht so hart auf den sack gehen und ich bin unten an der merkt angekommen geil ich möchte eigentlich auch hoch oder was ist das da neues teil auf jeden fall und siehst für mich aus wie ein teil das explodiert wenn es in meine nähe kommt daher möchte ich nicht ungern haben hier ist noch einer gott zu viele nicht auf jeden fall mich stärken so gute mensch auf jeden fall das zeug haben danke ich will langsam wissen was dort rechts ist das so blicken tut bei mir auf jeden fall mehr von dem zeug kann ich auch gut gebrauchen ich kann damit fast gar nicht sterben na gut sagt sie ja auch dass das gefahren der wir hier sind niedrig ist daher ist es ja auch in ordnung so hallo und da war wirklich wirklich teile die exklieren sterben einfach mal ok mann hier sind voll viele kriegner ja ein bisschen rambo spielen hier ich möchte doch nur wissen was da rechts ist da scheint ja irgendwas interessantes zu sein weg ja ich habe es gefunden so das sieht noch was gute mir aus wissen ja mama der 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 ja shut up ja ich weiß dass ihr wort einfach nur nichts ist ja gar nichts ja doch das sagt ja das jetzt hier ja egal gibt es ja was interessantes was war das jetzt irgendwie so weil dann war das sehr irgendwie mein zeug zeug dass ich möchte zeug dass ich möchte ich brauch das zeug nämlich denn ich weiß nicht mal welches das war das ja 5 interface chips und 10 power copies wie habe ich denn sechs von den interface habe ich heißt das habe ich auch power copies da kacke war ich einfach viele ich sag mal was hier wenn ich noch rechts gehe ja weitere gegner wo die hier wieder wuhu da hatte ich grad engelge so denn ich brauche ja immer noch ein paar teile ah das wird lange dauern wahrscheinlich bis ich die zusammen habe ja ich glaube ich würde behaupten dass ich hier meinen cut setze und die sammeln tue wir sehen uns dann so leute ich hab endlich alles eingesammelt was ich brauche und oh gott hat das lange gedauert ich habe wirklich sehr viel gesammelt noch ich habe hier noch silikonboot hier ram habe ich noch etwas besonderes bekommen wahrscheinlich nur die zwei sachen ja ich habe dann hoffen noch interface chips und teils ammo platten jetzt können wir endlich das dorthin bringen meine güte da war eigentlich nicht wirklich mehr besonderes war halt nur dieser außenposten und das war es halt da ist nichts mehr also habt ihr eigentlich nichts verpasst so was kriege ein Weapon distributor meines needs a shipment for me but i've been busy fixing up my experimental shock hooper mech naturally i need the balian warrior to test it against catch my drift speak to me when you're ready up and ready you're geared up and ready and we go to my weapon testing site ja ok der stand irgendwas rotes ich hätte es mir wahrscheinlich los setzen sollen ne achso weiß nicht ich hab mich jetzt so gefragt so häh verdammt bin fast runtergefahren kann ich das ich kann das ich kann das hat es aber ich kann ich mich jetzt auch nicht so zehn jahre daran sitzen aber ich kann mir die eis sachen also eisblöcke hier kaputt machen sachen naja ist hier noch anders hier oben man weiß ja nie vielleicht könnte ich das schaffe aber ich wahrscheinlich nicht bräuchte ich den job dreifach sprung vielleicht egal wie noch einmal dann möchte dass wir irgendwas hier aus testen von seinen waffen der hände voll viel aus den mann voll viel schaden vielleicht benötige ich bessere ausrüstung jetzt für mal die mission dort so ganz vielleicht nach ein damit einfach das bedeutet ich brauche bessere ausrüstung ist ja nur so ein planet in der nähe der mir dabei selbst tut keine bookmark natürlich einfach das bedeutet was ist das sein ost der schüpfle fällen sind die schütten der klaus wir haben die bett für fein wenn las uns kämpfen wie männer hat sich spannend an da sind kampf es ist fighting time aber ich bin schon so ja hier mit dem mech ich mache hier klar it's fighting time wo kommt der höher was auch immer so nach einer weiteren unterbrechung endlich in das schiff hier reingehen oder bekämpfen ich mache ich heile tot der mech ist unbesiegbar und wir haben nichts in besonderes glaubt schade na gut das pixel fixe kann man so einfach mal diese frakt folgen kusch 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 ach na komm ich gerne einsein immer weiter zu dem fall hin Äh, weg Aha Mich kriegt man nicht so einfach down Ja Blöden Roboter Holy shit Wir wollen was von mir Und sie sind auch wieder weg Und sie sind wieder da Du hast Schaden schon bekommen, glaub ich Ich möchte dich als erstes weg haben Ja, komm Ja, der erste ist schon weg Zweiter auch Ja, komm So, der dritte auch Äh, hier ist noch Energie, geil Weiter geht's Du wirst nicht bemerken, dass ich extrem schwach bin Außer der, merkt er, ist halt voll stark So, hier ist bestimmt jetzt ein cooles Schöpf, so ein Boss-Pattle Ey, wie kannst du es nur bewaken, hier mit anzugreifen So, was hab ich denn Soll ich auf jeden Fall, dass mich interessiert Alter, voll viel Geld auch Ja, okay Na komm, komm Ja, danke, dass du einfach so zu mir gekommen bist Ey, richtig nett von dir Oh, geil Da muss ich mich darum nicht mehr kümmern In längerer Zeit Warum ist das grün Ne, ich glaub hier ist nicht Ich find es geil So, Speer gegen Axt Ich seh auf jeden Fall, dass ich Ich seh genauso aussieht Ich hätte doch einfach mal nachsehen können Bei dir Ne, ne, geh weg Stopp's eh Oh, was ist das? Meteoriten-Gestein und In-Sit-Panel Somewhat inexpensive metal That can withstand most revering Geil Ist hier noch irgendwas so Ja, ne Aber jetzt noch mehr Einfach mal alles drücken Holy shit Meck Die Knarre ist so schwach Das ist unglaublich Oh, mein Meck muss her Mache ich alle fertig Mein Meck ist unzerstörbar Das einzige, was ich gut habe Seit Meck Ich muss mich sonst immer zurückziehen Und was ist hier? Jimmy dead Splitshot Meckarm Oh, geil Hat sich auf jeden Fall gelohnt Hast du noch irgendwas? Äh, scheint nicht Das war es anscheinend Mehr ist hier auch nicht Dann zieh ich mich mal zurück Ich hoffe mal, das war jetzt wirklich alles Müsste auch So, ich habe Wieder mehr Fuel Wo ist denn das? Ach ja Bäm 325 Okay, was ist das da? Aritis Legion Kann ich mal Äh Äh Okay Aber das ist noch ein Böse Schiff Da könnt ihr euch auch noch hin Äh Ja, gut, ne? Können wir erstmal daten Wir machen die Mist Oh, ich habe jetzt schon die ganze Zeit überlegt Ja, wie möchte ich jetzt aber Wahrscheinlich Ich werde wahrscheinlich dann Möchte ich denn überhaupt Was ist das denn? Das ist sehr interessant Das ist sehr interessant